Sesslach ist eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Goburg. Stadtgliederung Sesslach gliedert sich in 17 Stadtteile. Geschichte Nach der Zerschlagung des Thüringer Reiches wurde der Grabfeldgau durch fränkische Bauern besiedelt. Aus dem Osten drängen auch slavische Siedler auf der Flucht vor ihren avarischen Bedrängern in das Gebiet des Obermains vor. Noch im 11. Jahrhundert waren zahlreiche Slaven in Franken noch nicht christianisiert. Als Urpfarreien des Bistums Würzburg wurden U.A. Baunach, Verweisach und Sesslach angelegt. Der Schutzpatron Sesslachs, der heilige Johannes der Täufer, verweist als Mischensheiliger auf die Funktion der Pfarrei als Stützpunkt der Slavenmission. 1007 wurde zusätzlich das Bistum Bamberg im Slavengebiet begründet. Die erste urkundliche Erwähnung der beiden Ansiedlungen auf dem Kirchhügel und dem Geiersberg stammt aus dem Jahr 800 N. C.H.R. Die Äbtissin im Hild des Klosters Milz übertrug in dieser Urkunde der Abtei Fulda die Milzer Güter in Duo Seseleha zusammen mit dem übrigen Klosterbesitz. Bereits 837 wurde in einer weiteren Urkunde von Sesele Honomaker gesprochen, als Gaugraf Assis, ein Enkel Karls des Großen, seine Besitzungen ebenfalls der Abtei Fulda vermachte. Nachdem der Würzburger Bischof 1120 durch Kaiser Heinrich V. mit dem Herzogtum Franken belehnt worden war, bestimmte man Sesslach zum Amtssitz- und Centgericht. 1154 erschien ein Hugo von Setzelah als würzburgischer Dienstmann auf der Burg Geiersberg über dem Ort. Die Burg dürfte also um 1120 Dreißigstel entstanden sein. 1223 wurde die Siedlung als Setzelaha in einer Urkunde genannt. Sie wurde 1244 in einem Konflikt zwischen Herzog Otto VIII. von Mehran und dem Hochstift Würzburg zerstört. 1335 verlieg Kaiser Ludwig der Bayer der Civitasterstadt und Befestigungsrecht nach dem Muster der Stadt Gelnhausen. Die Nachbarstadt Ebern wurde gleichzeitig in dieser Weise aufgewertet. 1399 schlossen sich die Sesslacher Bürger dem Elfstädtebund gegen das Würzburger Hochstift an. Die Städte versuchten damals, sich von der Abhängigkeit vom Hochstift zu lösen und den Status der Reichsunmittelbarkeit zu erlangen. Dieses Bündnis wurde 1400 in der Schlacht von Bergtheim zerschlagen. Maßgeblichen Anteil an der Niederlage des Städtebundes hatten die etwa 60 Ritter und Edelknechte aus den benachbarten Hassbergen. Auch die Beteiligung der Bürgerschaft am Bauernkrieg von 1525 endete tragisch. Der Würzburger Bischof Konrad ließ fünf Redelsführer auf dem Marktplatz enthaupten, nachdem er bereits am selben Tag im Nahen Ebern Elfmann gerichtet hatte. Während des Dreißigjährigen Krieges kam es zu mehreren Plünderungen und Brandschätzungen. Bei der Erstürmung der Stadt durch die kaiserlichen Truppen waren neben vielen Verletzten auch sechs Tote zu beklagen. Die eigentlich verbündeten Soldaten hatten die Stadttore verschlossen vorgefunden. In der Zeit der Napoleonischen Kriege hatte Sesslach unter zahlreichen Einquartierungen und Truppenaushebungen zu leiden. 1802 wurde das Hochstift Würzburg säkularisiert. Sesslach kam über das Großherzogtum Würzburg schließlich 1810 zum Königreich Bayern. 1812 wurde das Königliche Landgericht eingerichtet. Im Jahr 1840 hatte Sesslach 665 Einwohner. 1905 fielen 13 Wohnhäuser und zahlreiche Scheunen und Nebengebäude einem Großbrand um den Marktplatz zum Opfer. Die anschließende historisierende Neubebauung fügt sich trotz einiger Jugendstilelemente gut in das alte Stadtbild ein. Am 1. Oktober 1913 wurde Sesslach mit der Bahnstrecke Breitengisbach-Dietersdorf an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Im Zweiten Weltkrieg ergab sich die Stadt am 9. April 1945 kampflos den anrückenden Amerikanern. Beim Vormarsch durch das Rohdachtall kam es jedoch zu einigen Schäden in den Ortsteilen Rotenberg, Oberelldorf und Dietersdorf. Durch die Teilung Deutschlands verlor Sesslach sein Hinterland in Südthüringen. Besonders die Verbindungen zur Nachbarstadt Teldburg wurden vollständig unterbrochen. Allerdings hatte man sich auch schon vorher größtenteils nach Süden und Westen orientiert. Durch die Ansiedlung zahlreicher Flüchtlinge und Heimatvertriebener wuchs das mittelalterliche Städtchen weit über seine historischen Stadtmauern hinaus. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich nahezu große Neubaugebiete entstanden. 1971 begann die Gemeinde mit der Sanierung der historischen Altstadt. 1986-87 errang Sesslach die Titel Landes- bzw. Bundessieger für beispielhafte Stadtsanierung. 1972 wurde das Sesslacher Land im Zuge der Gebietsreform trotz der historischen Verbindungen zu Unterfranken dem Landkreis Coburg zugeschlagen. Allerdings gehörte das Gebiet bereits vorher zum aufgelösten Landkreis Staffelstein, also zu Oberfranken. 1985 konnte man das 650-jährige Stadtjubiläum feiern. Durch die Öffnung des Eisernen Vorhangs 1989 verlor die Stadt ihre ungünstigen Randlage an der innerdeutschen Grenze. Die alten Verbindungen nach Thüringen konnten teilweise rasch wiederhergestellt werden. Das in seltener Vollständigkeit erhaltene historische Stadtbild zieht zahlreiche Touristen aus dem In- und Ausland an. Eingemeindungen Am 1. Mai 1975 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Obereldorf eingegliedert. Gleismuthausen kam am 1. Januar 1977 hinzu. Lechenrot folgte am 1. Oktober 1977. Die Reihe der Eingemeindungen wurde mit der Eingliederung von Hattersdorf am 1. Januar 1978 sowie von Outenhausen, Dietersdorf, Gemünder in Oberfranken, Heilgersdorf, Merlach, Rotenberg und Untereldorf am 1. Mai 1978 abgeschlossen. Politik Die Kommunalwahl 2014 führte zu folgender Sitzverteilung. CSU-Landvolk 8 Sitze SPD 3 Sitze Freie Wählergruppe Bürgerblock 5 Sitze Bürgermeister ist seit 2014 Martin Mittag. Sein Vorgänger war Hendrik Dressel. Beschreibung In Rot der Silbern gekleidete, wertige Heilige Johannes der Täufer, der auf einer silbernen Thronbank sitzt und mit beiden Händen eine goldene Scheibe mit dem silbernen Gotteslamm emporhält. Kultur und Sehenswürdigkeiten Die Altstadt von Sesslach ist noch nahezu vollständig von ihrem spätmittelalterlichen Mauerring umgeben. Ungewöhnlich sind die losen Rohlsteine auf der Mauerkrone anstelle eines Wehrganges. Auch die drei Tortürme haben sich erhalten. Die Befestigungsanlage der würzburgischen Amtsstadt entstand im 14. 15. Jahrhundert und wurde im 16. und 17. Jahrhundert ausgebaut. Vor dem Rotenberger Tor ergänzt eine barocke Bogenbrücke das historische Ensemble. Neben zahlreichen Wohn- und Wirtschaftsbauten des 16. minus 18. Jahrhunderts prägen die repräsentativen bischöflichen Amtsbauten und der Güldhof des Würzburger Julius Spitals das malerische Ortsbild. Einige Häuser im Heimatstil des frühen 20. Jahrhunderts wurden nach dem großen Stadtbrand von 1905 errichtet. Die spätgotische Staffelhalle der katholischen Stadtpfarrkirche wurde im 18. Jahrhundert barockisiert. Von der älteren Ausstattung sind besonders einige Renaissance-Epitafien der Familie von Lichtenstein und ein spätgotischer Flügelalter hervorzuheben. Über der Stadt liegt das Schloss Geiersberg auf einem Hügel. An die mittelalterliche Burganlage der Lichtensteiner erinnern noch Reste der Schildmauer und des Bergfriedes. Der Hauptbau mit seinem Treppenturm geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als die Burg der Sitz des würzburgischen Amtmannes war. Die Wirtschaftsbauten stammen aus dem 18. Jahrhundert. Das Schloss Heilgersdorf im Ortsteil Heilgersdorf ist ein typisches Beispiel eines fränkischen Landschlosses. Der barocke Dreiflügelbau kann nur von außen besichtigt werden. Der stattliche Satteldachbau des Schlosses Wiesen zwischen Sesslach und Heilgersdorf datiert ins 16. Jahrhundert. Auch dieser ehemalige Adelssitz befindet sich in Privatbesitz und ist nicht zugänglich. Baudenkmäler, Hauptartikel, Film und Fernsehen In der Altstadt auf dem historischen Marktplatz und vor der historischen Stadtmauer wurden Teile einiger Kinofilme gedreht. Luther mit Josef Jens und Sir Peter Ustinov Der Räuber Hotzenplotz mit Armin Rode und Katharina Thalbach Sonstiges Sesslach beherbergt eines der wenigen noch aktiven Gemeindebrauhäuser. Im 1892 errichteten Kommunbrauhaus wird immer freitags braunes Landbier und sehr so bedingt auch Bockbier hergestellt. 1300 bis 1500 Hektoliter werden jährlich gebraut und als Hausbräu unter anderem an zwei Gasthöfe abgegeben. Söhne und Töchter der Stadt Heinrich Stepani, Pädagoge und Schulreformer Josef Otto Kolt, Erzbischof von Bamberg 1943 bis 1955 Heinrich Eckstein, Politiker Friedrich Schaller, Zoologe Robert Hartmann, Maler Weitere Persönlichkeiten Friedrich Rückert, Dichter und Begründer der deutschen Orientalistik, schrieb bei seinen Eltern in Sesslach seine ersten Gedichte, Bilder aus den Ortsteilen, Dietersdorf, Katholische Filierkirche Sankt, Kilian, Obereldorf, Katholische Filierkirche Sankt, Nikolaus, Rotenberg, Katholische Filierkirche Sankt, Laurentius, Gemünder-Efang, Lut, Johanneskirche, Heilgersdorf-Efang, Lut, Pfarrkirche